jo leute was geht david von idesignish hier sorry diesmal kennt tutorial von mir nur eine kleine talkrunde das heißt wie es generell weiter geht mit kanal hier ihr seht es momentan nur das standbild ändert sich auch nichts auch ohne facecam weil zum einen sich aus wie ein yeti da den ganzen frisörer zu haben und zum anderen hat mir meine tochter ein bisschen voll gekotzt heute also deswegen seht ihr nur standbild könnt gerne was anderes machen hört mir einfach nur zu worum es im endeffekt geht es eigentlich nur und zwar es gab eine zeit 2014 2015 also jetzt innerhalb des jahres dort gab es eine zeit da hatte ich teilweise meine 700 bis 1000 aufrufe am tag auf meinen videos und da war mein kanal ein echter selbst läuft wo ich mir denke momentan seht ihr ja auf meinen aufrufen wenn ich glück habe kriege ich am tag meine 70 80 90 aufrufe zusammen wo ich mich frage was wie kann das sein ja also was mache ich falsch denn momentan also stand heute also ich habe jetzt generell knapp 4300 abos oder so auch per meine statistik sehen mich gerade mal zehn prozent mal ein abonnenten das heißt im endeffekt ich meine selbst zehn prozent ja sind 400 leute bei 4000 abonnenten wo ich mich auch frage ja hey wo seid ihr ich würde mich auch freuen wenn die 400 leute generell meine videos gucken würden darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen aber wo ich mich denke ja wo seid ihr denn alle also das ist ja nicht so dass ich jetzt irgendwie sub for sub gemacht habe oder mir abos gekauft habe oder so also die müssen ja irgendwo sein ich weiß nicht vielleicht war das generell damals eine andere zeit vielleicht ist jetzt youtube auf total überschwemmend keine ahnung ehrlich gesagt aber ich würde mich freuen schreibt mir in den kommentare was ich generell hier verbessern kann was wollt ihr denn sehen was gefällt euch sage ich mal nicht so gut also einfach ein feedback geben zum anderen wie jetzt natürlich sehen könnt mein letztes video das hatte ich jetzt also am 20 also wenn das video wenn es hochgeladen wird ist der 24 also vier tage vorher das hat jetzt gerade mal 30 euro wo ich auch denke okay ich weiß nicht mache ich irgendwas falsch mein texten falsch mache ich zu wenig clickbait ich meine meine titel sind ja nicht so reißerisch dann sprechen ja im endeffekt der wahrheit deswegen ich weiß nicht zum anderen ist es halt einfach sehr demotivierend ich meine das video habe ich hochgeladen und sagt 5d abos das ist gerne generell auch so wenn ich jetzt irgendwas hochladen kriege ich als dankeschön zack erst mal ein bis zwei der bus ich meine die ich hatte vor letztes jahr oder vom halben jahr mehr abos als ich jetzt habe deswegen frage mich generell was kann ich einfach verbessern also ihr könnt auch an den kommentaren seht ihr auch das ist ein bisschen nicht existent deswegen würde ich mich freuen ein bisschen mehr interaktion zumindest auch auf diesem video hier weil wenn ihr ich meine ich mache die videos so wie mir sie mir gefallen würden wenn ihr mir dann kein feedback gibt also egal ob gut oder schlecht oder sowas kann ich da auch nichts machen also ich kann mich ja nicht verbessern weil wenn ihr mir nicht schreibt oder mit mir nicht kommuniziert also deswegen würde ich mich freuen schreibt auf jeden fall in die kommentare was generell gefällt euch was gefällt euch nicht wenn ihr keiner meiner abonnenten seite wenn mich noch nie gesehen habt könnt ihr gerne auf meinen kanal gehen könnt gerne mal meine videos schauen oder ein paar davon oder ein paar speedarts egal was am ende wer können durchskippen dann wiederkommen schreibt in die kommentare wie es euch das gefällt ansonsten ja wenn ihr mir wenn ihr mich generell unterstützen wollte würde ich natürlich freuen könnt ihr auch gerne meine videos teilen mit anderen leuten die aufmerksam machen darauf ja das ist da einfach ein bisschen rund läuft also es geht jetzt nicht darum ich bin jetzt nicht geil drauf auf abos oder aufrufe ich meine wenn so wäre wer kanal schon dicht weil der läuft ja gar nicht aber trotzdem wie gesagt ist aber demotivierend ich mache ein video ich stecke dir auch arbeit rein paar stunden ich meine sie ist an der uhr momentan ist jetzt der 2 uhr ich mache das immer nachts nur weil ich habe ja auch familie wo ich mich darum kümmern muss und deswegen schreibt mir aber meine kommentare ist halt aufwendig wenn ich da irgendwas mache hochladen und sagt die abu und generell keine aufrufe also deswegen schreibt mir gerne mal in kommentare was kann ich verbessern und allgemein bisschen feedback das wird mir echt wahnsinnig helfen können mich auch gerne hätten auch kein problem aber zumindest spricht mit mir was mögt ihr oder was wollt ihr gerne sehen von mir ansonsten würde ich sagen bleibt geschmeidig sorry für das mimimi gerade ein bisschen aber danke für die aufmerksamkeit wenn ihr so lange durchgehalten habt ansonsten würde ich sagen haut rein und bis zum nächsten mal ciao ciao